Musik MWM Schmieranlagen ist eine rein italienische Geschichte, die auch Forschung, Erfahrung, Leidenschaft, Kreativität und Ausdauer aufbaut. Es ist eine Geschichte, die seit über 30 Jahren kreatives Flair und die Stränge der Technik vereint. MWM Schmieranlagen ist ein Unternehmen, das auf einem sehr hohen Leistungsniveau in einem Nischenbereich tätig ist. Der Planung und Herstellung von Minimalmengen-Schmiersystemen. Diese Systeme sind imstande, eine minimale und extrem genaue Öldosierung zur Schmierung von Hochgeschwindigkeitspräzisionsfelslagern zu liefern. Unter Einbindung von mechanischen, hydraulischen und optoelektronischen Elementen fertigt MWM Öl Luftschmiersysteme mit elektronischen Schlierensensoren. Die Minimalmengen-Schmierung ist ein spezialisierter Bereich der automatischen Schmiertechnik, wo sehr kleine Mengen von Schmiermittel konstant, kontinuierlich und kontrolliert versorgt werden. Die Geschichte von MWM begann vor mehr als 30 Jahren in Mailand, im Jahr 1986, als der damals 30-jährige Gründer sein Diplom in Maschinenbau erhielt. Und dank der synergetischen Forschung unter dem Unternehmen, seinen Kunden und der Polytechnico von Mailand, entstanden die ersten Patente im Bereich der Minimalmengen-Schmierung. MWM war das erste italienische Unternehmen, das ein Öl-Luft-Minimalmengen-Schmiersystem mit einer integrierten elektronischen Erfassungsvorrichtung patentieren ließ. Diese Technik ermöglicht es uns, hohe Leistung, Effizienz und Respekt für die Umwelt zu verbinden. Minimalschmierung, MQL, erfordert weit weniger Schmiermittel und verursacht weniger Verschmutzung als Nebelanlagen oder Ölaufschmiersysteme. Wir arbeiten mit sehr geringen Durchflussraten, mit Mengen von nur hundertstel Millimeter pro Stunde, die konstant und kontinuierlich verteilt werden. Zum Beispiel ein Durchfluss von etwa drei Tropfen Öl pro Stunde. Und die MWM-Mischgeräte und Dosiersysteme mit eigenen Schlierensensoren ermöglichen die hochpräzise Bereitstellung von Schmiermittel-Minimalmengen. Unsere Sensoren und die Elektronik werden von einem strategischen Partner hergestellt, der für uns von größter Bedeutung ist. BTSR, Weltmarktführer in der Herstellung von elektronischen Sensoren, die in einer klimatisierten und ständig kontrollierten Umgebung mit modernster Technologie hergestellt, zusammengebaut und einzeln getestet werden. Dies gewährleistet die kontinuierliche Erkennung des Durchflusses und des gesamten Schmiersystems. Dies ermöglicht höhere Leistungen und den minimalen Einsatz von Schmiermittel, wodurch eine Überhitzung aufgrund der hydrodynamischen Reibung vermieden wird, sowie eine kontinuierlich überwachte Technologie, die eine konstante Mindestbetriebstemperatur ermöglicht. Durch die kundenspezifische Anpassung der Erfassungssoftware ist MWM in der Lage, verschiedene Systeme für jede Anforderung zu konzipieren. MWM-Produkte vereinen Handwerkskunst und hohe technologische Standards. Jedes Minimalmengenschmiersystem von MWM wird manuell aus einzelnen Komponenten zusammengesetzt, die das Ergebnis hochentwickelter Technologien sind. Unter den verschiedenen Dienstleistungen versorgt MWM seine Kunden mit einer Reihe von Backup-Systemen, die innerhalb von 24 Stunden ab der Anfrage versendet werden können. Aber es sind die Forschung und die ständige Herausforderung, Hochleistungslösungen zu finden, die MWM-Schmieranlagen zu einem führenden Unternehmen für die Herstellung von kompakten Minimalmengenschmieranlagen für industrielle Hochleistungsmaschinen gemacht haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017